Immobilie lieber kaufen, lieber mieten, was ist wirklich sinnvoll und womit verbrennst du dein Geld? Das sehen wir uns heute an den Faszinationen Freiheit. Wir nehmen herzlich willkommen wie jeden Freitag, vielleicht auch heute zum ersten Mal und ganz neu. Herzlich willkommen. Und mein Name ist Thorsten Wittmann, finanzielle Freiheit leben, und wir haben heute ein spannendes Thema. Also, wir sehen uns erst mal an, erst mal Richtung Immobilie, selber kaufen, das heißt vor Ort, das eigene Haus beispielsweise. Dann sehen wir uns an, die Vorteile vom Thema Mieten und auch Nachteile grundsätzlich. Dann sehen wir uns an, die Unsicherheit und Variablen, die wir in der heutigen Zeit gerade haben. Dann sehen wir uns eine Faustregel an und auch meine persönliche Meinung zu diesem Thema bzw. auch wie ich persönliches Handhabe. Also, starten wir mit der eigenen Immobilie, diese zu kaufen, ja, und dann hat man sein eigenes Reich. Das finden viele Menschen natürlich toll, 100% verständlich, auch die Sicherheit, das ist ein großer Punkt, die Planbarkeit. Man hat langfristig einen tollen Ort, optimalerweise, so wird es hoffentlich dann sein, wo man einfach bleiben möchte, wo man sich wohlfühlt und wo man sich selber und seine Familie niederlassen kann. Also, sehr, sehr gut verständlich. Ist auch ein Traum von vielen Menschen, das Ganze zu verwirklichen. Wichtig in dem Punkt ist, du musst sicherstellen können, weil in den meisten Fällen wirst du dann eine Fremdfinanzierung benötigen. Im meisten Fällen zumindest der Fall, dass diese langfristig sichergestellt ist, gerade in heutigen Zeiten, die unsicherer sind denn je. Dazu gleich auch noch etwas mehr. Und auch wichtig, dass du Reparaturen einkalkulierst. Denn heute, wenn die Immobilie frisch gebaut ist, natürlich ist dort alles neu. Aber wie sieht es dann in 10, in 15, in 20 Jahren aus? Dann kommen die ersten Reparaturen und die kosten Geld. Und das ganze Geld muss irgendwo herkommen. Das heißt, wenn die Finanzierung bis auf Anschlag ist, dann kann das Ganze sehr, sehr unangenehm werden. Also, achte darauf, es sollte wirklich ausgewogen sein, auch nicht überdimensioniert. Das ist auch schon mal vorweggenommen, ein Teil vom Resümee, was wir uns am Schluss gemeinsam anschauen werden. Ich persönlich, das sage ich gleich vorweg, ich bin großer Fan davon, sich im Nachhinein die Belohnung zu besorgen und eben nicht vorweg. Das heißt, den Fokus darauf zu legen, okay, wie kann ich 10 Mal mehr Geld verdienen? Wenn du vielleicht ganz neu in unserer Community bist, ja, wie soll das gehen? Dann stelle ich dir noch die Frage, gibt es jemanden in deiner Branche, der 10 Mal mehr Geld verdient als du? Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß. Und wenn du noch mal die Frage stellst, gibt es jemanden in der Branche, der 10 Mal mehr verdient als diese Person? Dann wirst du ebenfalls vermutlich mit Ja die Antwort finden. Und selbst wenn du Jeff Bezos bist und gerade hier zuschaust, dann selbst dort hast du natürlich die Möglichkeit, auch 10 Mal mehr zu verdienen, lieber Jeff. Also auch das ist natürlich möglich. Das heißt, wir haben immer die Möglichkeiten, außer wir versperren es uns selber mental. Dann hast du auch die Möglichkeit beispielsweise, deine Traumimmobilie, vielleicht, da seht ihr hier im Hintergrund die Palmen, die sich hier gerade spiegeln. Dann hast du die Möglichkeit, deine Traumimmobilie beispielsweise Cash abzubezahlen. Also das einfach mal auch als Inspiration, auch darüber nachzudenken, die meisten Menschen machen es nicht, sondern wie kann ich eine möglichst große Immobilie haben? Wie kann ich die gerade noch so eben finanzieren bis auf Anschlag, um diese dann ein paar Jahrzehnte abzubezahlen? Das bedeutet dann, Hamsterrad über Jahrzehnte hinweg, vielleicht dann auch ein goldenes Hamsterrad, aber egal wie das Hamsterrad aussieht, ein Hamsterrad bleibt immer noch ein Hamsterrad. Also dann schauen wir uns weiter, das Thema Mieten. Mehr Flexibilität, mehr Freiheit in dem Sinne, das heißt auch mal schnell wechseln zu können, wenn sich auch die Lebensumstände beispielsweise verändern, kann den Nachteil haben, dass es insgesamt teurer kommt. Das kann natürlich sein, je nachdem, wie das Ganze ausgewählt ist, wie die Gesamtkonstellation ist. Zu der Faustregel kommen wir nachher ebenfalls noch. Kannst aber den Fokus setzen beispielsweise mehr auf dieses Thema Geld verdienen, auf Investieren und dann eben schauen, dass du mit wirklich viel Eigenkapital oder sogar 100% Cash deine Immobilie abbezahlen kannst. Ja, wie kann so ein goldener Mittelweg aussehen? Vielleicht eben genau, dass man eben nicht eine ganz große überdimensionierte Immobilie sich zulegt, sondern erstmal auf Miete lebt oder ein kleines Apartment und ein kleiner Rest, was eben nicht überdimensioniert ist, finanziert, was in der Regel dann auch leichter verkäuflich ist, gerade bei größeren Häusern und gerade auch je ländlicher es ist, desto schwieriger wird es auch dann, dieses Geld wieder reinzubekommen. Und da kommen wir zum nächsten Punkt und zwar Variablen, Unsicherheiten in der heutigen Zeit. Ich denke, ich brauche dazu nichts sagen, die Corona-Krise hat uns allen gezeigt, wie schnell sich das Leben von heute auf morgen verändern kann. Das heißt, auch wenn die Immobilienmärkte in der Vergangenheit nach oben gegangen sind, heißt das noch lange nicht, dass es in der Zukunft sein wird. Wird es auch in deiner Stadt so sein? Kann zwar sein, dass es in Städten dabei sein wird, aber gerade in der ländlichen Gegend wird es immer schwieriger und schwieriger und schwieriger. Hast du vielleicht einen Haufen Geld hier hineingepumpt und könntest das in 10 Jahren wirklich zu Schnäppchenpreisen aufkaufen? Also wir haben sehr, sehr viele Unsicherheiten. Auch wie werden sich die Mieten in deiner Region bzw. wo du leben möchtest, entwickeln? Wie sind die Lebensverhältnisse allgemein? Wenn man sich, ja wenn man den Bund der Ehe schwört, glaubt man natürlich nicht, dass es jemals wieder auseinander gehen wird. Aber die Statistiken sagen sehr häufig was anderes. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Scheidung stattfinden wird irgendwann, ist nicht ganz so gering. Also es ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen, also eine Garantie hat man leider nirgendwo. Das heißt, ob du wirklich dort leben möchtest, wo du aktuell lebst, wird vielleicht der Fall sein. Vielleicht auch nicht. Also wir leben in Zeit der Unsicherheit und es wird aktuell zunehmen. Wenn ich dir eins versprechen und eins garantieren kann ist, dass die Welt in 10 Jahren komplett anders aussehen wird als heute. Technologisch und auch mit vielen anderen Dingen, die Corona-Krise hat es gezeigt, die Welt ist in einem großen Wandel und diejenigen, die am Alten festhalten, die werden zu den Verlierern gehören. Das heißt, sei smart, kümmere dich da auch um das Thema Geld und Finanzen, auch hervorragend, du bist in unserer Community und packst diesen Schritt an, das ist hervorragend, das ist sehr, sehr wichtig und du wirst dir zeitversetzt und wenn es dann so sein wird, in 5, in 10 Jahren sehr, sehr dankbar sein. Ich habe vor 15 Jahren begonnen und bin mir ungemein dankbar für jede Minute, für jede Stunde, die ich in meine finanzielle Intelligenz investiert habe. Es kann auch in Richtung, das sind Sondersituationen, haben wir eigene Fallstudien ja in unserer Community, wo es genau um dieses Thema Enteignungen geht und Zwangshypotheken. Was wir historisch auch schon hatten, ist den meisten Menschen heute aber nicht mehr bewusst, ist aber leider etwas, was kommen könnte im Fall der Fälle, wenn der Staat mal wieder mit dem Rücken zur Wand steht. Wir haben in Deutschland und Österreich schon fast eine Enteignungstradition. Das heißt, wo es auch Kredit-Gewinnabgaben gab. Das heißt, dass auch die Verschuldung quasi wieder aufgelebt. Das heißt, durch die Inflation der Währungsreform ist diese nicht vermindert worden und dass es eben auch schon Zwangshypotheken gab, die dann eben beim letzten Mal beim Lastenausgleichsgesetz dann über 30 Jahre kartalsmäßig abbezahlt werden mussten. Haben die meisten auch wieder vergessen, wird heute auch wenig diskutiert, ist aber etwas, was es schon gab. Das solltest du zumindest im Hintergrund haben. Immobilien, wie der Name sagt, sind immobil. Also, wie sieht das Ganze als Faustregel aus? Wenn der Kaufpreis 25 Mal höher ist als die Jahreskaltmiete, dann tendenziell ist diese Immobilie sehr teuer, sehr, sehr weit oben. Wenn sie weniger als das 20-fache ist, dann ist es tendenziell günstig. Also, damit hast du eine gute Faustregel. Und vor allem wichtig, ja, je kleiner eine Relation zu deinem Geldbeutel, desto besser, wenn du bis zum Anschlag finanzieren musst. Persönlich, ich würde das niemals tun. Ich persönlich habe mich auch erst um das Thema Geld und Finanzen wirklich gekümmert, bevor ich mir selber eine Immobilie zugelegt habe und gekauft. Also, das sind meine persönlichen Erfahrungswerte und Tipps. Wir leben in einer Welt der großen Unsicherheit, das heißt, du solltest sehr genau abwägen und im Fall der Fälle vielleicht etwas länger warten. Also, ich hoffe, dieses Tipp-Video hilft dir weiter. Ja, bitte teilen, ganz, ganz wichtig, dass mehr Menschen Zugang zu sehr, sehr guten Finanzwissen haben. Kommentieren, liken, ebenfalls sehr, sehr wichtig, YouTube-Kanal abonnieren und trag dich unterhalb von dem Video mit dem Link ein, damit du keine unserer Tipp-Videos verpasst, die es jeden Freitag frisch und neu gibt. Also, ganz liebe Grüße hier aus Brasilien. Bis nächsten Freitag. Herzlichst, dein Thorsten Wittmann.